Manchmal hätte man ja ganz gerne drei Arme im Haushalt. Das hat sich auch grundig gedacht und mit Cornerwash ein innovatives Reinigungssystem auf den Markt gebracht. Statt der üblichen zwei Sprüharme gibt es jetzt nämlich drei Sprüharme und die verlaufen in rechteckigen Linien und das heißt, das Wasser kommt wirklich in jeden Winkel in jede Ecke. Daher auch der Name Cornerwash. Selbst hartnäckig verschmutztes Geschirr wird wieder richtig sauber. Und dazu gibt es noch tolle Features, wie zum Beispiel ein dreifach verstellbarer Oberkorb und eine flexible Besteckschublade. Und wer jetzt denkt, so ein innovatives Reinigungssystem bedeutet auch gleich mehr Energieverbrauch, der irrt sich, denn der Energieverbrauch steigt nicht. Das ist also Cornerwash. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.